Es gibt zum Beispiel in Bretagne. Bretagne ist voll mit den Dansen in Rom. Und hier ist es nicht so, aber es ist eine Kolo-Kolo. Die Kolo sind von unseren Voisins von Yugoslavia. Musik 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 Weg, 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 Seite. Kommen wir jetzt von vorne an, alle mit der Wand. Zwei Männer, dann trage ich Sie eine Lovie, ich trage eine Frau. Ich schaue Sie auf die Hüße, jetzt haben Sie eine Frau. Ich schaue Sie auf die Hüße, ich schaue Sie auf die Hüße. Ich schaue Sie auf die Hüße, ich schaue Sie auf die Hüße, ich schaue Sie auf die Hüße. Ich schaue Sie auf die Hüße, ich schaue Sie auf die Hüße. Jetzt ist es gemütlich. Es ist gemütlich. Vielen Dank. Vielen Dank.